Ich mache Tränke und Aufwärter. Ich mache Tränke und Aufwärter. Ok. Ich hole mich schon mal. Ich mache Tränke und Aufwärter. Tür 1, Tür 1, Tür 1, Tür 1. Ich mache Tränke und Aufwärter. Oh Gott. Ich mache Tränke und Aufwärter. Ich mache Tränke und Aufwärter. Ich mache Tränke und Aufwärter. Ich habe nicht laufen. Ich habe nichts laufen. Ja schon. Ich kann ich nicht machen. Aber machen wir nicht immer umwandeln, sagst du? Ja aber wir müssen jetzt ganz gut lernen. Ja klar. Weil wir sind jetzt ja beide Diensttränke eins und wir brauchen ja mittlerweile schon gleich, oder wir brauchen vier, was? Weißt du wieviel ich so lernen muss? Die tue ich zwei jetzt, hat dann gleich wieder an den Dienstverkauf, die schreibe drauf ist nämlich nicht. Ich kann mit Eltern tränken nichts anfangen. Brauchst du Rolle? Rolle? Ich habe Kraftsicherheit. Also ich habe Kraftsicherheit, kriege ich ein Stück, also bräuchte ich gerade mal drei. Was brauche ich schon? Die Gifte hätte ich ja noch gar für können. Nein, egal. Oder habe ich die noch? Nee. Bisschen Koffe. Ich will ein bisschen Koffe. . Ich brauche die anderen Rollen. Ich stelle mit 250 Stück her, hätte ich ihnen ungefähr 500. Ich muss auf alle Rollen kommen, ne? Ja, ja. Wenn man jetzt halt immer die einzelnen Rollen benutzen. Ich brauche tausend jetzt. Und jetzt wer hier steht. Genau, ja. Ja. Ich muss kurz auf die Hülle noch gucken. Das ist halt ziemlich lang, ne? Ach, wir wollen das mal eine Stunde oder so machen, immer auch jeden Tag. Wie? Die du es gleich an den Dienst verkaufen? Ich denke, du kaufst die doch, ich kenne. Das war ich. Pfanne, Presssicherheit, Presssicherheit. Ich brauche drei. Ich mach da erst mal was. Ja, soll ich jetzt die Tränke, die wir immer mal brauchen? Weil wir immer einserholen nehmen, ne? Immer schon. Ja. Für die anderen brauchst du zu viel. Gut, ich tue zwar alles lange, ja? Bei den Tränken müssen wir ja. Können wir mit eins nicht durch. Ja, bei den nächsten brauch ich Fünfe. Verteidigung. Verteidigung Fünfe. Mach ich die Fünfe erst mal, dann schmeißt die runter, dann will ja nicht weiter. Dann muss ich erst mal wieder Rollen kaufen, ne? Magie Widerstand mit mir. Ja, dann muss ich erst mal, soweit bin ich noch nicht. Ja, ja, ich schaffe nicht. Ach, toll. Ich muss doch lernen. So, ich habe jetzt gerade mal 102 gelernt. 104. So ist die Pappe. Ja, ich habe 45. 60. Moment. Ich brauche noch alle. In diesem Fall, ähm, Magie Widerstand gekauft. Drauf ist nur 4, oder? Ja, ich kaufe alle, ey. Nicht ständig, dass ich die fähig habe, aber mal. Ja, ja. Also, ich bin nicht das, welche ist verlaufen, ich muss nicht lernen. Pinnat Brauch, ja. Ja, ich bekomme nicht. Ja, ich habe hier. Ausweichung draußen. Magie Widerstand. Jetzt habe ich die Fünfe. Jetzt habe ich eine Stärkung. Warum nicht? Ich kasse mal jede Rolle, denn es sieht blöd aus, wenn es das Gelbe bezieht für mich. Ich weiß nicht, ob ich das Gelbe bezieht, wenn es das Gelbe bezieht, wenn es das Gelbe bezieht. Ich gehe zurück, wenn es das Gelbe ist, dann kommt ein motherfuhig zu machen. Ich gehe Baby, die ist zu spüren. Wir müssen wежде uns das Gelbe abnehmen. Ich gehe ab und schüren. Wenn ich den Gesicht ab und schüren, die ist es am Ende. Ich gehe jetzt ab und schüren, ich gehe an. Ich gehe ab und schüren, dass das Gelbe ist, wenn es auch ein Geσω ist. Ich gehe ab und schüren. Ich muss weiter lernen, dass ich die Nächste machen kann, ne? Bei der Nächste brauche ich 5. Bei der Vitalität brauche ich keines. Ich muss lernen bis 400. Habe ich 50. Stoppen. Ich muss erst lernen, damit ich alles machen kann, ne? Na was?